Hallo Leute, willkommen zur Folge 2 von Bannerstier auf dem Kanal Rekordi. Ich bin Niklas. Ihr seht schon, gerade sterben uns so ein bisschen die ganzen Leute weg, weil es alles nichts zu fudern haben. Schau mal, hier haben wir noch drei Fische nur. Ach, hier haben wir noch 139 Kartoffeln. Das wären zwei. Hier haben wir auch noch Fische und Kartoffeln. Jetzt wird auch gerade so ein bisschen Fisch gefangen. In den beiden Buden hier. Müssen wir mal schauen, dass das hier die richtigen Wegsterben zum Beispiel sind. Holzfäden brauchen wir nicht. Da brauchen wir lieber einen Farmer für. Und der ist mal Pause. Wir haben hier 600 Feuerholz. Und dann schauen wir mal, was das hier jetzt noch läuft. Wir sind immer noch bei unseren 8 Schafen. Die Felder werden jetzt gerade hier so langsam. Wie ihr seht, finde ich gemocht. Oh, die ganzen Fischermäns sterben. Die Fischermänen and Friends. Ja, schauen wir mal. Über den Feldern sind immer schon so ein bisschen was Grünes. Immer noch 100% aber schon ein bisschen was Gelbes hier. Also Fortschritt werden die wohl wahrscheinlich schon erzielt haben. Schauen wir mal. Was macht das hier noch alles? Ja, Pause. Und was will man machen? Wieder ein Toter. Die Fischerleute, die zwei hiervon und zwei davon brauchen wir ja bis jetzt noch nicht. Das sind ja noch keine Schafe. Weil ich mich frage, ob sich hier sich einer von drum kümmern, einer da drum kümmern braucht. Dass wir die dann weggeben irgendwie. 100 Kartoffeln noch, jetzt weiß ich nicht, ob das noch reicht. Das ist natürlich auch ärgerlich. Shit, shit, shit. Jetzt stebt hier natürlich einer nach dem anderen. Ich werde jetzt mal ein bisschen schneller machen, um zu schauen, ob wir das nicht doch irgendwie noch so ein bisschen gerettet bekommen oder ob da überhaupt nichts mehr zu machen ist. Jetzt lassen wir hier drei Fischer ab. Lassen wir hier zu denen werden, denen auch. Die Schafe werden schon nicht sterben. Hoffe ich zumindest nicht, dass wir hier jetzt mal so ein bisschen Essen reinbekommen. Das könnte echt immer werden. Das ist auch schon alles leer. 51 Kartoffeln. Ja, 65 Prozent. Noch vier Leute nur noch. Shit, shit, shit. Ja. Ja. Da gab's 91 Prozent. Hier sind wir bei 77. Mit momentan vier Leuten. Müssen wir jetzt mal so ein bisschen Daumen drücken, dass das hoffentlich was wird. Ja. Zwei noch. Einer noch, 90 Prozent. Dass wir das Kurs zumachen und den hier arbeiten lassen. Dass wir hier, ja, ernten können, genau. Da sind wir jetzt aber haarscharf dran. Hat an dem Beinau und gut vorbeigeschraubt. Zum hoffen, dass er genug Essen für sich ernten kann. Das wäre sonst echt ärgerlich. Na, jetzt erwische ich ihn nicht. Na, Pause. So, jetzt hab ich dich. Da waren nur noch drei Herzen. Aber wenigstens... Aber wenigstens... Ah, ich hab da reingeholt. 56. Wir können was splitten. Die Frage, ob der alleine noch Kinder bekommt, oder ob das... Das ist jetzt irgendwie... Ja, hier ist noch... Irgendeine Person läuft genau rum. Ja, Kindsieben, ja, das ist doch schon mal schön. Jetzt kommt, jetzt kann ich noch so ein bisschen was erinnern. Bevor das ganze Feld hin ist. Ich will jetzt nicht sagen, das war's, äh... Das war's. Ist das wirklich effektiv, wenn wir den jetzt fischen lassen? Das ist jetzt die Masterfrage. Das wird doch niemals, niemals, nie reichen. Das wird doch niemals, niemals, nie reichen. Ich lasse den jetzt als Farmer arbeiten. Dann können wir den gleich anbauen. Ganz wichtig ist jetzt hier, wie viel Essen der noch hat. Ah. Darf ich euch jetzt so ein bisschen mit, dass es irgendwie auch klappt, dass das Kind schnell genug groß wird, und dass wir dann hier zu zweit das ganze Feld bewirtschaften können, irgendwie. Ah, shit. Ah. Und so, jetzt wird's fliegen, jetzt sollte er eigentlich am Feld anfangen. Ja, genau. Ah, wer arbeitet mal lobt und wird sein Bestes, aber irgendwie, hm. Ich merke fürs nächste Mal, gleich ganz, ganz viele Felder und keine Straßen bauen. Ja, was ist das? Ich bin gespannt, ob wir diese Siedlung noch hinbekommen. So nah vom Hungerstod. Müssen wir uns mal überraschen lassen. Ich pflanze auf jeden Fall schon was an und habe noch 100. Das ist jetzt gerade nur noch abwarten, 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 abwarten und Tee trinken, wie die Amerikaner sagen. Let's ins Tee trinken. Das ist ja schon mal ordentlich, dass er das Ganze fertig gesät hat. Ah, die Tochter kann ich jetzt auch einsetzen. Zack, zwei Farmer haben wir jetzt. Das ist doch schon mal schön. Mal schauen, was wir von dieser Ernte jetzt einbringen können. Mal schauen, was wir von dieser Ernte anstecken. Ich bin auch nicht komplett dabei. Das ist doch schon mal versteuer. Die mehr ist so besser. In anderen Anwäser momentan irgendwelche Leute. Oder stehen hier alle leer, alle leer, ja. Okay. 56 Prozent 56 das sollte eigentlich aber das sollte eigentlich ich wusste nicht was da jetzt noch dran schief gehen könnte wenn wir es jetzt einmal beim Winter geschafft haben, warum denn kein zweites Mal gut, da fangen sie schon an zu ernten wir sollten es nur relativ zügig relativ viel ernten, damit wir auch irgendwas anfangen können die haben jetzt schon 110 das sind die ganzen eine ganze Saison schon mal weg gekommen das sind 110 Prozent äh, hundert 110 pepper ja, jetzt versteht das ganze Feld vielleicht kann er noch so ein bisschen was retten mal sie dass ich das jetzt auch noch ein Kind und 84 haben sie hier und wie viel im Haus 239 ja, da geh ich mal ganz stark davon aus, dass das jetzt noch klappen sollte ja aber es ist wieder Zeit Zeit, Zeit, Zeit und warten, warten, warten jetzt entwickelt sich das relativ langsam aber ich will jetzt auch nicht aufgeben sondern versuchen diese auch wenn sie jetzt eine kleine Bevölkerung ist wieder versuchen auf das Maß, was ich vor der großen Hungersnot hatte wieder herzuziehen und die Schafe vermehren sich von alleine ist ja auch schon mal schön ja, jetzt denkt alles von diesem einen Feld ab gewinnen oder verlieren oder wer weiß, wer weiß was eigentlich nicht so glücklich so, und davon sind wir fleißig an eins zu sehen das ist auch schon mal schön da haben wir eine ganz schön große Reserve das ist auch schon mal schön jetzt müssen wir jetzt sehen, dass wir uns hier so ein bisschen daraus arbeiten aber ich habe jetzt gerade gesehen es wird jetzt schon wieder Zeit fürs Ende und damit sage ich tschüss, bis zur nächsten Folge von Bandage hier auf Rukorti das ist ja das ist ja Vielen Dank.